Willkommen im Schlaghafen. Ja, weil... Gerade wenn ich morgen wieder, äh... Fächer zuordne und mit Nummern... Sechsstelligen Nummern... Das haben wir jetzt schon mit dem Namen. Das ist unser Vorler. Zero aus... ...Felz... ...Nunzig. Schönen Abend, herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend. Ich wünsche dir Fischpaß in deinem... Wie geht's dir? Ich hoffe, du bist gut in die Woche gestartet. Alles ein schönes Wochenende. Plattform, Frosty. Bitte. Oder so. Ich bin viel zu leise. Das kann ich nicht sagen, eigentlich. Oh, oh. Hier rennen Explosionskäfer rum. Ja, kannst du behalten, Explosionskäfer. Ist aber schon da. Ja. Ja, wahrscheinlich weil ich eben eine V-Mikro brauche. Aber wenn ich jetzt immer noch Fischleise will, dann muss ich mir die Mikroleife aufdrehen. So für die Explosionskäfer, die auf Entfernung gehen. Da kannst du ja... Ja. 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 Das ist seperOhren. Ich kann es nicht überlegen. Ähm. Wesbo. Kannst du mal ballern? Hier drüben. Wir den müssen jetzt mal sein. Glaube kommt. Was heißt hier drüben? Ja. Da wo es ballert. Und wenn sie killt. Die Perle am Arsch. Ort. Die Richtung. Woh. Das ist jetzt etwas besser. Ähm, du musst die Drohne leveln bis zu Level 15 mit. Natürlich musst du dann die Drohne auch, äh, dementsprechend musst du die Punkte geben. Ah, okay. Ressourcen musst du da investieren und, äh, das Geld. Also musst du praktisch an dem Terminal dann deine Drohne hochleveln. Genau. Na, gehst du wieder mit Bossgegnen, ne? Mhm. Bossgegnen, ne? Ja, zwei Stück. Das Ding, was ich da markiert hab, noch nicht beschießen. Ja, ich hab's letztens nicht gewusst, weil der Wester letztens mal gesagt hat, oh, was für eine Erdbeere. Und dann kommt das Ding los, ey. Ja, ja, genau das ist diese Erdbeere. Ich hab's gewernt, deswegen, ich nehm vor dem Ding gerne viel ab und scheiß, weil... Wie gesagt, blöd, wir lassen uns doch nicht über, ich bin noch neun mit dem neuen, das finde ich nicht, dass das Erdbeere einstellen wird. Deswegen fällt da ein bisschen nachsichtig. Ich hab' noch drei Pflänzken hier gefunden. Perfekt. Asti, wo bist du? Also, Asti, um das nochmal jetzt kurz zu fassen, du musst praktisch deine Ressourcen, die du sammeltst, musst du an den Drohnen-Terminal, das zeig ich dir gleich nochmal nach der Nutzung. Ähm, wie musst du da denn einsetzen, um deine Drohne halb hoch zu levien? Da ist nix drin für dich. Was? Gold voll. Nein, aber das ist Nitrat. Achso, das hab ich nicht gesehen. Entschuldige. Da draußen sind die zwei hübschen. Ach, verdammt, ich bin voll. Ich ruf mal die Mule zu mir, ist das in Ordnung? Ja, mach das. Mach mal. Du, was du nicht lassen kannst. Ah, bei mir kommt ein paar... Nein. Ein paar viele kleine... Ein paar viele kleine... Ja. Switch. Switch. Ihr könnt mich mal kreuzweise... Nicht mit mir. Ja, warum muss ich nicht tun? Was ist das für... It's too sting! Ich liege. Scheiße. Komm her. Bei mir sind ganz viele kleine Spinnen, seid vorsichtig. Das war jetzt ein bisschen doof. Lass da direkt mal rum, ich geh gleich weg. Katze! Au! Das ist noch nicht das große Piek, oder? Äh, wieso? Das war klar, dass das ohne die Piekse nicht Piek. Hier ist ein roter Zöcker. Weil du willst die Flagge hier auf den Bunker ausbauen. Das kommt mir. Ich bräuchte auch... Oh, okay. Oh, okay. Ja, da ist... Das ist noch was. Ich glaube, da war irgendwann mal noch vieler. Oder nicht? Wow! Au! Schreckt sie die scheiß Spinne im Mund hier. Okay. Ich würde hier einmal Munition bestellen. Und dann können wir gleich den ersten Boss hier machen. Die erste Redmöwe. Ja, aber wir gucken erstmal, wie viel Munition wir haben. Weil wir jetzt auch wieder sparsam sein müssen. Eventuell müsste man sonst im Kampf holen. Also auf der Map ist irgendwie nicht so viel, habe ich irgendwie das Gefühl. Also alle haben noch, äh, drei Viertel. Dann haben wir erstmal keine Munition. Ich positioniere dann hier mal meine Geschütze. Ähm, aber Alex müsste einmal nehmen, damit er genügend Gesundheit hat. Ja. Das so, er... So, nach jetzt... Frosty stellt's den Geschütze auf. Das schießt direkt, instant, liebvoll drauf, ob wir ihn noch nicht drauf... Ob wir rein in den Zentrum. Gut, dann, äh... Sind alle ready? Hat jemand die Ehre und darf drauf schießen. Oh ja, ich mach mal. Juhu! Connor VS, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend. Wie geht's dir? Jetzt wird's ein bisschen laut hier. Let's get the party started. Oh. Ach, ist er weg. Hallo, bist du da nicht? Ich hab hier nicht in den Seiten. Oh mein Gott, nein. Fress mich nicht. Fress mich nicht. Danke. Au. Wo ist der zweite? Ich seh die gar nicht. Hör die puddeln, die sind schon mal weg. Ich mach mal hier Licht ein bisschen. Run for cover! Und wenn du siehst, dass die so einen lilanen Strahl gegenseitig an sich haben, dann heilen die sich. Komm, alle haben ja jetzt erstmal die Schrotze. Drauf, drauf, drauf. Connor, wie geht's dir? Ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Out of ammo. Das wird man so faire nicht. Alles, du musst es einmal Munition nachnehmen, du hast nicht mehr viel. Ich nehm hier gleich. Ich wollte noch kurz mein, wenigstens mein Gewehr hier leer schießen. Uiuiui. Ich höre sowieso nicht komplett auf, sondern nur 50%. Okay, ich lasse, ich hole schon, ich hole schon, ich hole schon. Ich liege. Ich hole Hannes. Ich will, ich hole mir trotzdem nochmal die Emo. Kannst noch mal Licht irgendwo hinsetzen? Ah, ist gerade. Oh, ey, sorry, sorry. Da ist ja eine down. Einer ist down, jawohl. Muss man mal schauen, ob das reicht. Oh. Nice, Mann. Okay, weiter. Ja, dann, äh... Wer braucht Muniz? Okay. Sehr schön, Connor, sehr schön. Und herzlich willkommen bis der 500. Das heißt, nächsten Samstag Gewehr, ne? Hier ist ein paar Steam Keys wieder kostenlos. Boah, das war jetzt aber fies, doch. Ja, bevor wir das nächste machen, müssen wir uns auf jeden Fall einmal Muni komplett auffüllen und nochmal einen Stock nachlegen. Ja, ich fahre hier mal ganz nach oben, weil ich glaube, da waren wir noch nicht. Ja. Ja, genau da oben. Boah, Connor, spielst du auch Deep Rock Galactic? Und wir mussten noch drei von den Blüten finden, ne? Ja, ja, ja. Greifen. Ja, dieser Tocker wie... Ich komme mal mit als Babysitter. Jetzt sind wir von hier gekommen. Scheint das so. Ja, ich glaube, ja. Mhm. Du siehst ja auch, wenn wir hin müssen. Ja, hier liegen auch überall noch so komische Fackeln. Ja, hier... Uh, fast runtergefallen. Ich wollte sagen, irgendwas knurrt hier. Seit nie lang, Jungs. Ich bin wieder zurück. Eine Blüte hab ich. Ja, wir müssen aber weiter nach unten, ne? Ja, aber guck mal, Alex, guck mal. Äh, Entschuldigung, Frosty. Ja, hier ist doch ein Durchgang. Ja, aber die am Eck war eine Blüte, meine ich. Ja, cool. Äh, lol, da geht sie runter. Ja, ich hab die Verbindung gefunden. So. Oh ja, das ist sehr cool. Also, es macht schon richtig Fun. Gerade, wenn du mit Leuten zusammenspielst. Äh, 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 äh. Nice. Nee, hier sind, ich hab ein Schacht geöffnet. Und da sind einfach mal 20 so Viecher. Daran bin ich gerade gestorben. Aber was seid ihr denn jetzt? Mensch, jäh. Ich kann uns grad selber finden, wo wir lang müssen. Ach, ja, die Viecher kommen grad zu mir. Okay, dann renne ich weg. Nein, Quatsch. Du bist der steigere von uns. Nee, ich bin halt in der Nähe von dem zweiten Boss, deswegen muss ich hier irgendwie rum. Ich bin beim zweiten Boss direkt und hier sind auch noch zwei Blüten. Nein. Ich hab die erste Blüten gefunden. Hier ist ja ein Durchgang. Der erste Durchgang. Ich hätte es uns jetzt gebohrt. Na, guck mal, da hat der Bohrer uns doch schon gefunden. Wie gesagt, hier ist der zweite Boss. Da müssen wir dann aufpassen. Aber erstmal hier das ganze Zeug erbauen. Ich bin nicht mal auf. Okay. Weil man merkt grad so, du weißt nicht, wo lang kann es sein. Ja, ich hab euch ja jetzt gefunden auf dem Radar. Ja, genau. Einmal extra und dann passt los. Ich hab die letzten beiden auf Hauptabendung gefunden. Ja. Dann braucht ihr gleich noch eine. Ne, wobei, Hannes hatte doch gesagt. Hannes hatte doch die eine. Ja, ich habe die eine gehabt. Äh, Connor, sowohl als auch. Weil endlos in dem Fall halt jedes Level immer wieder komplett neu aufgebaut ist. Und, ähm, levelbasiert ja, ähm, du hast diverse Biome. Aber, wie gesagt, es baut sich immer wieder neu auf diese Levels. Und du hast immer wieder neue Schwierigkeiten. Die du auch selber einstellen kannst. Ja, die haben freigesprengt, Wesbo. Freigesprengt. Ich glaube, wir machen mal kurz das Smoothie hier rüber. Wum. Und das macht einfach nur Fun, ne? Also. Dann kann ich ihm nicht helfen. Tut mir leid. Oh. Next one hier. Oh, ich wollte... Du wolltest doch nicht da draufhauen. Ich hab grad alle Leute drauf. Ich hab gesagt, Jungs, viel Spaß. Aber das kannst du gleich auch nochmal sehen, Connor. Weil es so eine Auswahl gibt an Level. Ich könnte auch nochmal fürs letzte Level so gut machen, wenn wir zu Westen vorbeischauen. Selber. Ah, Explosionsfiecher. Boah, miese Dinger, ey. Ich hasse diesen engen Raum trotzdem. Eine Blüte brauchen wir noch. Hab ich schon abgegeben. Und Connor, wenn er das jetzt nicht reichen sollte, weil wir werden jetzt auch gleich schon aufhören, ist einfach mal hier vorbei auf meinem Kanal. Da haben wir nämlich auch schon ein paar Videos hochgeladen von den Game hier. Auch mit unserem Trupp hier. Das ist mein YouTube-Channel. Und dann müssten wir nochmal 60 Nightbrave finden für den weiteren. Ich hab hier nochmal... Oh, nein, nein, nein! Geh weg! Oh, du... Jetzt verstehe ich... Halt, ruhig die Sprengfliecher. Die sind voll in... Halt, da ist da noch einer. Hier ist so viel Nitrate. Ohne Witz, wir können noch dreimal den Bot... Oh mein Gott, nein, nein. Ja, ja. Da ist nochmal ein Sprengfliecher. Ja, wo ist er denn? Ach, da hinne! Genau. Wo ist der Hannes jetzt? Ähm... In die Richtung. Da hängst du in der Luft, aber wo hast du Nightfucker gesehen und sowas? Oh! Äh, ich bin verpackt, ich kann grad nicht mehr meinen Enterhaken lösen. Die Schwebe in der... Das sieht lustig aus, auf jeden Fall. Bist du höher noch? Nein, der sitzt höher. Ja. Siehst du doch... Siehst du doch da oben? Nicht gut. Ich bin verpackt, oder? Bin ich verpackt? Kannst du springen? Nee, ich kann gar nichts. Ja, das Ganze. Ich werd immer von vorne nach hinten wieder gezogen. Ganz allein! Wie so ein Ping-Poops-Ligger mit Schuhe, mit dem Brett. Hier waren wir noch nicht. Das ist grad sehr unluckig. Johannes, ATA, der Punching-Ball, ey. Danke schön! Ich hätt' ne Idee, wie man mich wahrscheinlich rauskriegen würde. Sehr gerne, Karl. Sehr gerne. Und heb dich dann auf. Wie gesagt, vielen Dank. Auch mal für dein Follow. Und falls du Bock haben solltest... Alex, geh mal da weg. Ich spring in den Luft. Am Samstag gibt's dann ein Giveaway. Gibt's ein paar Steam Keys hier für lau. Dafür, dass wir die 500 erreicht haben. Das kann doch nicht dann. Da bin ich nicht. Da bist du nicht. Da wirst du mir aber angezeigt. Drück mal X. Bei mir müssen wir auch noch da rum. Und das X wird ja auch angezeigt. Ja, dann kannst du die Waffe wechseln. Kannst jetzt laufen. Bin so blöch. Oh Gott. Alles klar. Einmal Nachschub kriegen wir noch. Ich sag so, ich steck fest. Ich steck fest. Ja, alles. Du hast ja noch hier Triggens gefunden. Weil du sagtest doch, dass du noch... Ja, komm mal kurz mit. Ja. Dann setzt sich hier da eine Flachform hin. Hier war gewiesen im Tunnel. Au! Hier war noch... Alles gut. Hier oben war dann noch Gold drin. Ja, hier ist noch... Wie gesagt, talk gerne auch mal beim Westen vorbei. Auch auf seinen tollen Social Media Kanälen und seinen YouTube-Kanal. Hier ist noch eine weiße Kugel. Oh, oha, geil. Hier auch nochmal der Multistream. Da haben Alex auch mit rein. Das ist dann letzte Runde. Vielleicht kommt Finale hier. Finale. Ja, wir müssen noch 20 Nitra finden, um noch einmal drin nachzuholen gleich. Genau, also da, wo jetzt Mule hinrennt, da ist noch ein ganz großer Raum. Den haben wir noch gar nicht. Äh. Äh. Ja, wo Mule hinrennt, ist einmal ein weißer Pistall. Wo ich gerade unten bin, meinst du? Ich hab Nitra. Mit Eis. Die Mule ist schon so ein bisschen eingeschnappt. Oh mein Gott. Haben wir hier noch? Also ich hab jetzt hier irgendwas Großes gefunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt was Neues ist. Ja, das ist ein komplett neuer Raum hier. Waren wir hier echt noch nicht? Habe ich nicht, dass ich wüsste. Jetzt hätten wir ja Nitra mitgenommen. Aua. Und mich hat ein Beyblade. Danke. Boah. Hinter euch ist ein Beyblade. Kommt auf euch zu. Ich ist tot. Danke. Ich wäre auch eine neue Garde. Nicht für alle. Dann guckt euch mal bitte um. Frosty, kannst du mir eine Plattform setzen? Genau, du denkst voraus. Sauber. Äh, kannst du mir mal hier drunter setzen? Danke. Boah, aber sonst wäre ich jetzt wieder runtergefallen. Dann hätte ich wieder Fallsucht gekriegt. Das war mein Lieblingswort, Alex. Geilstes Wort, ever, was du rausgebracht hast. Alles gut, Liddy. Alles gut. So. Perfekt. Dann können wir... Boah, ich hab dann noch was gefunden. Ja. Ich hab' deinen Rekord, dieses Vorm. Night for Night. 160, das heißt, wir kriegen zwei Pisten raus. Zwar kein Night for, aber ne Albu-Pocker-Bee. Ja, kommen wir wieder zum Boss, ne? Ja. Da hinten der Boss? Mhm. Du los. Nee, aber... Ist da was drin, oder nicht? Ich hab' da so eine Kugel. Nee, da kommen wir zum Boss, auch. Alex hier auf dem Weg zurück ist auf jeden Fall Zucker, wobei... Ah, nee, doch. Ja, da oben hängt auch noch irgendwie Zucker an der Decke. Ja, gut. Kann die runterschlagen? Warte, Moment. Frosty setzt sie mir an. Einsie! Ich bin schon weggelebt. Willkommen, schönen guten Abend, wie geht's dir? Wie gesagt, wenn du den Gang durchläufst, kommst du an Zucker vorbei. Achtung, hinter dir Sprengflieh. Ich hoffe, das tat ihr jetzt nicht so viel, wie wir jetzt ne Sprengding. Nee, aber warum fliegt halt nicht in die Luft? Wer, wenn du's... Oh, danke. Alex, da rollt dein Zucker. Es rollt. Ja gut, ab zurück zum Boss, würde ich sagen. Ja. Hinterher, es rollt weg. War das da, oder was? Au. Au. Achso, hier ist ja auch noch. Joka! War hier der Bus? Wir haben dann eigentlich gerade unnötige Munition. Hier ist noch ne Pflanze. Also ich glaub nicht, dass wir hier schon mal lang gelaufen sind. Oh. 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 Ist aber hoch. Au, au, was ist das? Ja, hier waren wir schon mal. Hier ist hier in die Weise. Ja, und der nächste. Rossi, kannst du mich da ein bisschen vorwarnen, wenn du mit C4 oder mit nem... Ja gut. Du hast doch keine Medi-Waffe. Ja. Medi-Waffe. Du hast doch keine Medi-Waffe in Benutzung, oder benutzt ne Schrotflinte. Naja, die hab ich schon leer geschossen. Nein, ich mein, du schmeißt meistens das C4 grad so, wenn ich grad im... Ich krieg den Schaden. Du schmeißt keinen C4. Das ist ein Mörser. Wer hat das C4 geschmissen? Ja. Ja. Finde ich an den beiden. Klappen wir überhaupt richtig zum Boss. Äh, ich weiß es nicht. Ich bin Vespo gefolgt, also ich glaub Vespo nicht. Ich glaub Vespo nicht. Ja, ja. Also wer mir folgt, ist verloren, ne? Ähm. Ja, wir müssen, also von unserer Position aus, müssen wir beide links. Ja. Und Vespo und Alex sind ganz fein. Macht nix, also wir machen Punkte hier. Ich geh'n wieder zurück. Weil da der Weg ist auf jeden Fall nicht richtig. Weißt du, das ist das gute Johannes, ich hör'n Vespo nicht sterben. Ich hab' wieder die chronische Preisucht irgendwann halt so. Fick' ich immer wieder. So, gucken wir mal. Wo sind sie denn da? Was, da ganz hinten? Da ist noch ein Bellblatt unterwegs. Ja, ich hab' aber keine Muni, ich kann mich nicht wehren, also ich bleib' bei dir. Kannst nicht genug klagen? Wo ist denn der... Wie? Achso. Okay. Das ist rechts von uns. Wo ist denn dann rechts? Irgendwo Osten. Wenn man Flärten abbilden kann? Ja. Ist das richtig? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist richtig. Wie hüpft was? Wie hüpft was? Was hüpft bei euch? Irgendwas Fieses. Ja, das Bellblade. Ich weiß nicht, was ich gesehen hab. Also bei dem Bellblade, wo wir vorhin waren. Da ist deine Munition alles. Ich hab's gemerkt. Ja, Moment. Wir sind bei Ost. Vorsicht. Ja, wir müssen jetzt hier in die Höhle unten rein. Genau. Wir sind auf dem Weg. Lieber meine doppelläufige Schrotze. Ohne Witz. So, ich stell mich jetzt für vor. So. Einmal Munition. Nochmal Munition. Die Erdbeeren. Ah, geradeaus. Ja, wartet mal. Ich muss auch noch meine Geschütze aufstellen. Nur. Ich sparen hier nochmal ein paar Bänder. Wer mal schnell die Flucht ergreifen muss. Leute, ich nehm jetzt von der ersten Dinge erstmal wirklich für mich safe. Weil ich halt die ganze Muni verballert. So. Ich bin wieder voll. Von Muni erstmal. Ich nehm auch einmal. Und einmal lass ich mir übrig für Implant. Ja, mach ich auch. Jo. Drecksviecher. So. Apu. Wenn ihr den Boss jetzt anballert, mache ich Licht währenddessen dann auch noch. Ja, ja, ja. Sagt nur Bescheid, wer anschießt. Krasser Tunnel, oder? Schieß er an. Okay. Kommt. Licht ist an. Oh, jetzt kommt der Dicke hier. Oh nein. Wie geht das so komisch an? Was ist das mit diesen drei Schildern bitte? Das sind kleine Schilder. Oder einen kleinen Schilder. Ja, aber nee, schieß die nicht an. Der wird bald, der kriegt glaub ich grad gar keinen Schaden. Auf die rosa Dinger. Au, au, au. Warum auf mich? Geh weg! Wo ist denn der Phil? Oh nein. Oh nein. Der geht schön auf mich drauf, ne. Der kleine Sack. Oh mein Gott, das heißt gut so cool, ne. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich sehe nicht mehr wo der ist. Ja, Sandsturm. Weg, 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 weg. Ich habe auch ein großes Problem. Ich bin gerade voll auf Teamplätze. Ich lieg gleich. Nehmt euch Muni, wenn er keinen Fokus auf euch hat. Muni, wenn ihr Muni braucht. Meid ist nochmal down. Oh, 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 oh. Komm, wer es bestimmt mindenhaftig fokussiert ist. Arschteil. Ah, komm. Übertreiben. Ich sehe irgendwo Zucker. Ich hebe dich auf. Unten liegt Zucker, Jungs. Ich mach hier. Ich mach mal nur einen Schlag. Ich hab mir ein bisschen genommen. Könnte ich nicht noch nehmen. Ich hänge fest. Was ist das denn hier? Der Arsch geht auf. Ich schieß voll auf den Arsch drauf. Nichts? Nimm nicht mehr. Das ist das. Das ist doch ganz gut. Bei mir khi fuhr. Möhn. Möhn. Am besten. Das wäre am besten. Oh, Alex. Du brauchst es klingeln. Alex. Wo bist du? Oh, Zucker, Alter. Wo bist du? Alex, komm mit. Hier unten ist Zucker. Ich nehme dir. Okay. Achtung! Boah, komm ey, beruhig dich mal! Wow! Danke, Westbro! Jo jo! Ich hab wirklich den Arsch gerettet! Gern, Jan! Äh, ich mach mal wieder Licht für uns! Ui, 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 ui! Danke, Sie! Geil! Arsch, geht gleich auf! Ja, der hat Fokus auf mich! Scheiße! Wow, Alter! Okay, der will mich haben! Oh, cool! 1,4 ist down! Westbro, der hat vollen Fokus auf dich, oder? Ja! Der hat wieder seine Schilder! Am Kopf ist fast down! Boah! Ich mach mal das blau mit Westbro, vielleicht bringt es dir was! Arsch öffnet sich! Oder? Au! 24, oder? Ja! Ja! Das war mir wieder, sorry! Alles gut, Alex! Alleiner von euch noch Zucker, weil sonst bin ich wirklich gleich drauf! Nein, hier ist kein Zucker, also bleibt es hier! Alter! Einmal Arsch noch und dann ist er ruhig! Jop, jop, jop! Oh, oh! Alter, wie das hier aussieht! Alles kaputt! Äh, nein! Kann ich nicht! Der will schon wieder mich! Au, au! Na ja! Du spielst ja auf den Tank, ne? Mit deinem technischen Schutz! Kann ich nicht, aber weil die Panzerraum ist, äh, undurchdrehbar! Komm schon! Komm! Deswegen ist das auch ausgedauert! Weißt du, wenn das gut ist, dann kannst du da schaden damit! Kann der nicht beschädigen! Kann der drei Teile ein bisschen kaputt sein! Ja, jetzt sind sie wieder! So, mach die, wer ist vorhin! Und hier in dir! Oh! Oh! Er hat auf mich Fokus! Er hat mich! Ja, ja! Ich werde ihn! Vorsicht Fluttervieh! Fluttervieh! Fluttervieh Storm! Achtung, kommt zu euch! Ich schuldig! Danke! Ja, trotz des Fokus auf dich aber richtig! Armin! Nice! Boah! Alter! Ja, jetzt müssen wir noch lebendig ans Ziel kommen, ne? Ach, hab ich einen Pfeiler geworfen? Irgendwelche Viecher kommen, weil wir können auch keine neue Kapsel holen! Ja, dann auch aus! Oder? Alle ready? Äh, jub! Ach, komm! Die Nades auf den Arsch! Die Nades waren gut, oder? Die waren gut, ja! Aber nehm mal ehrlich mal! Der Sieg trotzdem nicht zu leben! Nö, ich kann nur Granaten werfen! Ich kann so! Ja, auf geht's! Wenn der hier halt ständig sein Hintern hin und her schwingt, äh, schwieg... Oh my god, rennt einfach durch! Oh oh! Oh, oh! Ich mach's leid, ich mach schon Licht! Ja, genau! Kommt ihr durch? Ey, ey, warum hüpft er nicht da hoch? Ey, ich passe da nicht durch. Danke, danke. Weil ich kam auch nicht durch. Ich war zu fett. Ähm, ja, na, ist das geil. Das ist geil. Ja, ich wollte nur nicht so schnell, weil das Vieh da war. Achso. Ich mach dir Licht, dann sehen wir auch mehr. Upsa. Ja. Ich glaube, in der Map ist einfach mein Grambling und ich glaube, ich bin ein bisschen verpackt. Ich muss auch passen. Juhu. Ich bin dabei. Ich bin wieder rein. Nice. Ich hab's schon. Nein. Ich blick auf. Scheiße. Nein. Ich würde mich interessieren, ob man da was wirklich verliert. Ja, verliert man. Wenn wir alle lebendig ankommen, bekommen wir mal vier. Jetzt haben wir nur mal drei vom... Äh, von den Credits. Bomisch. Ja, bis dahin. Ja. Ja. Ich tror nicht.